So, hallo Leute, da bin ich wieder. Ich weiß, ich sehe ein wenig schludrig aus, macht aber auch nichts, denn dies ist ja ein Notruf, ein Notfall. Ich war gestern mal wieder im heimischen McFit und das natürlich nach Einbruch der Dunkelheit, denn ich gehe nachts trainieren und was habe ich gesehen? Es ist voller als sonst. Und warum? Wir haben Ramadan-Zeit. Jetzt kommt aber das, worüber ich mich wundere. Normalerweise, von einer gewissen Trainingslogik, von meiner Erfahrung ausgehend, müsste genau zu dieser Zeit, in diesen vier Wochen, kein einziger muslimischer Trainierender mehr da sein. Man dürfte die gar nicht mehr sehen. Nicht tagsüber, nicht nachts, gar nicht. In der Zeit müsste man einfach sagen, oh, es ist Ramadan, wir sehen niemanden mehr hier, der dieser religiösen Gruppe angehört. Aber nein, es ist genau im Gegenteil. Warum? Warum? Ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass jeder meiner YouTube-Kollegen ein Ramadan-Video rausgebracht hat. Das ist auch gut so, dass man sich damit beschäftigt, denn das brennt natürlich vielen von euch auf den Pelz. Wie kann ich das Ganze jetzt meistern? Bodybuilding weitermachen, weiterhin Progressionen erzählen, also weiterhin fortschreiten und nicht meine Muskeln wieder verlieren während der Ramadan-Zeit. Das heißt, ihr da draußen, die sich dafür entschieden haben, Ramadan mitzumachen, habt aber eindeutig auch eine Priorität gesetzt. Ihr wollt Ramadan mitmachen und Ramadan ist Priorität. Und jetzt versucht ihr, euer Leben drumherum zu basteln. Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Im Prinzip habt ihr euch dann schon für ein Ideal entschieden. Das ist toll. Jetzt kommt aber nur die Frage, wie kommt ihr darauf, dass es das Beste wäre, trotzdem noch weiter zu trainieren? Denn ebenfalls, alle meine Kollegen haben jetzt in den letzten 3, 4, 5, 6, 7 Jahren eine ganze Menge Videos rausgebracht, wo es um Trainingshäufigkeit geht, wo es darum geht, wie man den Muskel erholen lassen kann, wann man abbaut und so weiter. Und keins davon deutet darauf hin, dass man während so einer Periode trainieren muss. Ich habe bereits selbst schon mal einen Ramadan hier rausgebracht. Das war schon vor einem Jahr, 2, 3 Jahren. Und den gleichen Tipp möchte ich jetzt noch einmal geben. Aber es ist nicht nur ein Tipp. Ich rede hier mehr von einem Fakt. Ich habe mir auch natürlich die Videos meiner Kollegen angesehen. Und während zum Beispiel ein Simon Teichmann oder auch andere euch erzählen, wie man möglichst darauf eingehen kann in einer Phase, in der ihr nun eine Art Intermittent Fasting macht, das heißt wirklich nur noch zu einer bestimmten Periode innerhalb von ca. 6, 7 Stunden esst, wie man da trotzdem es schafft, irgendwie seine Trainingsenergie zu bekommen, seine Proteine zu bekommen und so weiter. Sie zählen das Ganze auf. Richtig schön die Speicher auffüllen und dann habt ihr auch wirklich gar keine Probleme. Wie sollte das Training aussehen? Aber leider unvollständig und sie gehen nicht auf den Kern der Sache. Ein einziger hat es getan, möchte ich euch an dieser Stelle auch empfehlen. Und das ist der Tobi von Classic Body zusammen mit Christian Wolf. Die beiden sind schon am nächsten an diese Wahrheit herangekommen. Die paar Wochen, da werdet ihr keine Muskeln verlieren, beziehungsweise ihr kriegt das ganz schnell wieder aufgeholt. In dieser Phase werdet ihr keine signifikanten Muskeln aufbauen. Und gegebenenfalls eure Diät wird nicht optimal laufen. So, muss man einfach so sagen. Da ist es vielleicht auch mal sinnig, das vielleicht, das wäre noch mein Tipp abschließend, das mal als aktive Pause zu nehmen. Dass man einfach mal wirklich sagt, ich mache mal wirklich vielleicht ein paar Wochen Ruhe oder ich mache ruhiger. Und jetzt fange ich einfach nochmal von vorne an, aber in absoluter Kürze. Ich selbst habe einen Körper, wo manche von euch vielleicht sagen würden, hey, finden wir schon toll, könnte ein Ziel sein. Vielleicht wollt ihr viel mehr, vielleicht wollt ihr aber auch ein bisschen weniger. Dennoch werdet ihr sicherlich merken, ja, der weiß vielleicht auch rein vom Körper her, wovon er spricht. Ich trainiere nun seit 18 Jahren. Und ich trainiere nie, 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 nie länger hintereinander als zwei bis drei Monate. Natural ist das auch gar nicht möglich für den einen mehr, für den anderen weniger. Also das nicht möglich, sollten wir vielleicht ein wenig in Anführungsstriche setzen. Es ist zumindest sehr schwierig. Denn wenn ihr stark trainiert und wenn ihr auf einem gewissen Level seid, wie zum Beispiel ich, dann braucht ihr auch gewisse Gewichte. Und das ist nun mal kein Gesundheitssport. Ah, ah, ich sage nicht, dass er ungesund ist. Aber er ist zumindest nicht gesundheitsfördernd. Ihr nehmt immer mehr Gewichte, vor allem wenn ihr einfach fortgeschritten seid. Und das geht immer auf die Sehnen und auf die Gelenke. Automatisch. Und deswegen brauchen die auch meistens ein wenig mehr Erholung als die Muskeln selbst. Muskelkater habt ihr vielleicht für ein paar Tage. Ja, ich weiß, das Muskelkater-Thema. Das heißt auch Muskeln erholen sich vielleicht etwas schneller, aber der Rest nicht. Ihr kommt relativ schnell in ein Übertraining, wenn ihr einfach zu viel trainiert. Und bei mir ist es so, auch wenn ich eine zaghafte Natur bin, das stimmt, das muss nicht für jeden gelten, dass ich alle zwei bis drei Monate für, sage und schreibe, drei Wochen Pause mache. Nichts. Pause heißt nicht morgens bei Linie stützt, damit ich meine Brust halte. Gar nichts. Und jetzt kommt's. Damit werdet ihr niemals rechnen. Ich komme aus den drei Wochen raus, nachdem ich vielleicht nur zehn Wochen trainiert habe. Zweieinhalb Monate. Nicht viel. Ich komme aus den drei Wochen raus, nachdem ich drei Wochen gar nichts gemacht habe. Kein Krafttraining. Nicht einmal eine Kiste Wasser gehoben mit dem Bizeps. Und bin stärker als vorher. Ich gehe auf die Bank und mache mehr Bankdrücken. Ich mache mehr im Rücken. Ich bin erholter. Und der Pump ist besser. Mein Körper ist einfach geheilt. Und geht mit voller Power wieder rein. Ich habe drei Wochen gegessen. Und alles, was ich zu mir genommen habe, alles, so habe ich das Gefühl, kommt in dem Training raus. Alles gespart. Ich habe Armeen gesammelt. Armeen von Aminosäuren, von Kohlenhydraten und sonst was. Und die können endlich wieder raus beim Training. Es funktioniert. Und jetzt, jetzt, na, nur das als Beispiel. Ich mache kein Ramadan. Ich habe kein Ideal im Hintergrund, außer ich mache eine Pause. Jetzt seid ihr da draußen und habt etwas Wunderschönes. Ihr frönt eure Religion. Zusammen mit euren Familienangehörigen, mit Freunden. Das heißt, es ist ja auch ein Fest. Es ist doch nicht, dass ihr sagt, scheiße, jetzt ist Ramadan. Wir leiden jetzt schon wieder. Mist, was mache ich denn jetzt? Nein. Ihr solltet es ja mögen. Sonst müsst ihr euch wirklich fragen, warum ihr das macht. Ihr solltet es als eine heilige Zeit, eine Zeit der Besinnlichkeit sehen. Mit der Familie etwas zu machen. Und den Alltag irgendwie zu meistern. Und dabei daran zu denken, warum ihr das Ganze macht. Das wisst nur ihr. Aber wozu jetzt in der Zeit dann auch noch trainieren? Macht von dem Idealenstabpunkt gar keinen Sinn. Woran meine Kollegen teilweise weniger gedacht haben ist, und was Tobi und Christian nur ein wenig erwähnt haben, Das Problem bei den meisten ist, dass ihr natürlich irgendwie es meistern könnt, mit so einer Art Intermittent Fasting, das Training einzubauen. Aber viel fortschreiten werdet ihr in der Zeit wahrscheinlich nicht. Und das größte Problem dabei ist, dass die meisten von euch sich vorher so nicht ernährt haben. Ihr habt euch wahrscheinlich alle drei, vier Stunden eine Mahlzeit reingeschoben. Ihr konntet durchgehend trinken, Proteine nehmen. Und jetzt von heute auf morgen müsst ihr es anders machen. Wärt ihr Leute, die schon seit sechs Monaten genau so trainieren, okay, dann habt ihr euch dran gewöhnt. Und vielleicht würdet ihr sogar eine Progression bekommen. Aber das tut ihr nicht. Von heute auf morgen trinkt ihr viel weniger, habt nicht mehr konstant viel Proteine und nehmt wesentlich weniger Kohlenhydrate, Fette und so weiter zu euch. Müsst zu einer ganz anderen Zeit trainieren. All das ist für den Körper eine Riesenumstimmung. Und dann, ausgerechnet zu der Zeit, wo der Körper mit all diesen Dingen fertig werden muss, wollt ihr ihn auch noch obendrein ein wenig zerstören. Und das dann auch noch im Sommer, wenn die Sonne scheint und ihr viel schwitzt. Das passt alles gar nicht zusammen. Und ich, obwohl ich das alles nicht machen muss und nicht beachten muss, mache auch so meine Trainingspause. Kombinieren wir doch jetzt mal beides. Ihr habt vorher wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate hintereinander trainiert. So wie ich euch kenne, wahrscheinlich auch schon zwei Jahre hintereinander, ohne ne Pause zu machen. Weil ihr könnt ja Muskeln verlieren. Und jetzt kommt Ramadan. Dann nutzt die Zeit doch bitte. Und jetzt meinetwegen, selbst wenn ihr sie nicht nutzen wollt, um es besinnlich zu genießen. Aber nutzt sie, damit der Körper sich einfach erholt. Und nicht, wenn er auf dem Boden liegt, weil er eh schon weniger essen, weniger trinken kann und sich komplett umstellen muss, dann auch noch drauf zu treten, indem ihr trainiert. Bringt nun mal nichts. Und wenn ihr wirklich es in dem Sport zu was bringen wollt, und deswegen entschuldige ich mich, falls ihr diejenigen seid, die einfach nur so ein bisschen rumspielen wollen, also an die Maschinen wollen, sich einfach bewegen wollen und das Ganze den Spaß macht. Egal, ob die jetzt Muskeln dazugewinnen, kräftiger werden oder nicht. Es macht einfach Spaß, da zu sein. Hey, dann geht das nicht für euch. Habt euren Spaß, geht nachts dorthin, kloppt euch mit den Maschinen, ist alles okay. Wollt ihr aber, dass euer Körper in irgendeiner Form besser wird, mehr Kondition, weniger Fett, mehr Kraft, mehr Muskelmasse, was auch immer, dann lasst es in der Zeit. Das ist die generelle Lösung. Generell. Hier gibt es keine Meinung, ja, aber ich kann vielleicht besser damit oder so. Nein, lasst es in der Zeit. Normalerweise als Personal Trainer, um es nochmal zu wiederholen, empfehle ich euch sowieso nach drei Monaten, macht eine Pause von zwei, drei Wochen und ihr werdet stärker rauskommen. Und jetzt habt ihr auch noch Ramadan, perfekt. Da würde ich doch denken, wow, passt doch beides super zusammen, ich muss doch eh eine Pause machen. Und dann könnt ihr auch einfach nochmal feiern und denkt nicht immer, oh, jetzt muss ich wieder meine Sachen packen, ich muss jetzt später trainieren. Oh mein Gott, habt ihr denn nichts mitgenommen aus den Lehren von YouTube, von Büchern, von sonst was? Also, insofern, ihr merkt, ich fahre zwar ein bisschen aus, aber das ist ja trotzdem noch ein Tipp für euch. Ich beleidige euch nicht ganz im Gegenteil. Ich will euch helfen. Genauso wie den Leuten dort im Studio. Ich habe mit so vielen gestern gesprochen, dass ich gar nicht trainieren konnte, weil ich denen gesagt habe, Leute, genießt es. Und es hat ja auch nichts mit Respekt oder Nichtrespekt der Religion zu tun, sonst würde ich dieses Video ja nicht machen. Die meisten meiner Freunde sind nun mal dieser Religion angehörig und mit denen rede ich auch darüber. Und sonst hätte ich nicht schon zweimal ein Video dazu gemacht. Also Leute, tut euch den Gefallen, tut eurer Religion den Gefallen, tut euren Körper den Gefallen, tut euren Fortschritt den Gefallen und lasst das Training in der Zeit einfach weg. Und kommt stärker wieder daraus. So, mehr ist zu dem Thema Ramadan nicht zu sagen. Und kommt mir nicht mit, ja, aber der hat in dem Video was anderes gesagt und der hat Tipps gegeben oder sonst was. Die haben all diese Faktoren vergessen und sonst haben sie einfach keine Ahnung. Punkt. Aus. Bei YouTube gibt es kaum Personal Trainer. Ich bin einer davon. Macht was draus. Auf. Keine! Auf. Frozen 7ヤpunkt informiert. Auf. Untertitelung des ZDF, 2020